herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp heute am montag die angst vor einer globalen rezession hat den dax in diesem jahr ja schon über 15 über 17 prozent ins minus gedrückt und einer der wesentlichen treiber dieser entwicklung war die siemens aktie die sehr deutlich verloren hat an wert wir waren anfang des jahres bei knapp 160 noch gestanden und jetzt am letzten donnerstag waren wir nahe der 100 euro marke und das erachten wir durchaus als ja möglichkeit hier mal auf eine technische gegenbewegung zu spekulieren weil es ist ja nicht so dass siemens jetzt ein pleitekandidat ist man sie erinnern sich vielleicht an den letzten riesen auftrag in ägypten wo man einen infrastruktur auftrag bekommen hat in milliarden höhe also es ist nicht so dass siemens keine aufträge bekommt die bewertung ist mittlerweile bei einem kgv von 12 für das geschäftsjahr 2023 auch das hat man schon lange nicht mehr gesehen und das unternehmen wird auch weiter wachsen bei der stabile dividenden bezahlen also von daher denke ich mal dass wir hier in dem bereich von 104 euro nichts verkehrt machen der nächste widerstand der liegt bei 110 euro und wenn wir den knacken sollten haben wir die möglichkeit dieses gap hier im bereich 115 euro zu schließen und das ist so das kursziel für die nächsten zwei drei wochen und da spielen wir mit einem hebel zertifikat mit einem faktor zertifikat unseres partners morgen stanley die mc 737 f kostet aktuell 15 euro 65 hat einen faktor von drei das heißt sollten wir das kursziel erreichen dann sollte der faktor schein im bereich 20 euro notieren stopp kurs bei 14 euro ich wünsche ihnen viel erfolg damit würde mich freuen wenn wir uns morgen wiedersehen macht es gut